Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Juni und herzlich willkommen zum dritten Prison Break. Let's Play! Ja, meine lieben Freunde, heute mitten in der Nacht. Wir werden gemeinsam versuchen, in der Nacht hier aus dem Knast auszubrechen. Mann, was ist hier los, Leute? Spaß, Mann, Alter. Heute geht's weiter mit Folge Nummer 3, Mann. Ich finde das Spiel einfach nur richtig geil und ich merke es auch an eurem Feedback, dass ihr das Spiel auch richtig feiert, Leute. Das ist nicht mehr normal, Alter. Die zweite Folge auch über 10.000 Likes. Ich hoffe, so können wir das beibehalten, Alter, weil das Spiel wird, denke ich, hoffentlich noch cooler werden, als es schon ist. Wir lassen uns da einfach mal überraschen. Wir dürfen aber auch nicht mit zu viel Erwartung rangehen, weil dann ist die Enttäuschung meistens immer größer. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter. Wie ihr dieses Video gerade seht, bin ich in München, habe ich auch schon bei WWE gesagt gehabt. Wir gucken nämlich dort das Champions League Spiel Bayern gegen Atletico Madrid. Und wer WWE noch nicht gesehen hat, kann es sich gerne anschauen oder es kommt später noch online. Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter. Fortfahren, Leute. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird, Alter. Das haben wir zum letzten Mal auch schon durchgelesen. Ich werde jetzt keinen Cut machen. Da kam mir so eine Filmsequenz. Wir haben ja diesen Gefallen für Abruzzi getan, dass wir den einen Typen da spionieren sollen, ob er am Pfeifen ist oder am Singen ist, dass er quasi bei Belek ausholt. Und das hat er auch gemacht und der hat dafür jetzt seine Strafe bekommen. Und jetzt geht's weiter, Alter. Kapitel Nummer 2. Jetzt geht's los. Zack, wir klicken drauf. Let's do this shit. Da braut sich was zusammen. Schwarze und Weiße gehen bald aufeinander los. Ich muss vorsichtig sein. Das hört sich ja gut an. Da braut sich was zusammen. Schwarze und Weiße gehen bald aufeinander los. Ja, guck mal, hier ist es auch nachts, ne? Guck mal. Alles perfekt, Leute. Alles perfekt, oder? Ich weiß gar nicht, ob man im Knast sehen kann, ob es tags oder nachts ist, ne? Das ist die Scheiße, ey. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und schauen, was uns jetzt erwarten wird. Verschwinde. Keiner wird zögern. Ach du Scheiße. Fokussieren, F, F, fokussier mal. Oh, was war das denn? Alter. Es gibt... Ist das... Ist das Sucre? Ne. Ich dachte, es wäre Sucre, weil der war ja auch zwei Plätze direkt neben uns gewesen. Von daher... Ach du Scheiße, ey. Ja, das hört sich ja sehr, sehr gut an. Blut wird fließen. So war das auch in der Serie gewesen, ne? Da gab es einen riesen Aufstand, Leute. Da erinnere ich mich gerade noch dran. Hö? Oha. Die Boxen sich... Ach du Scheiße. Die Boxen sich ja jetzt schon. Die sind aus wie Lincoln, ne? Egal, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Da ist Abruzzi hinten. Seht ihr ihn, oder? Müsst... Ne, doch nicht. Ei, ei, ei. Wenn die mich jetzt hier sehen, als Weißen... Ich glaube, das ist nicht so gut. Ei, ei, ei. Der mit seinem Longdon geht jetzt da erstmal schön duschen, Alter. Was geht, Digga? Die zwei, Alter. Die holen sich gleich gegenseitig einen runter oder spielen, wer zuerst die Seife fallen lässt. Was ist los, Schneeflöck? Willst du mich verarschen? Wovon redest du? Hab dich da oben mit den Glatzen abhängen sehen. Du gehst aufs Ganze. Es ist nicht so, wie es aussieht. Sie haben was, das ich brauche. Das ist komisch. Ich hab auch was, was du brauchst. Du brauchst ein Pugnack, stimmt's, Bleichgesicht? Es gehört dir. Dein Glück scheint dir gerade ausgegangen zu sein. Bewegung! Alle in den Hof! Sofort! Schofield. Pugnack. Das hat auf jeden Fall auch mit der Serie was zu tun gehabt. Dieses Pugnack. Schofield braucht Pugnack. Ein Insulinblocker. Dazu steht nichts in seiner Akte. Er muss also auf der Krankenstation was vorhaben. Dem muss ich nachgehen. Krass, Mann, Alter. Ey, das ist wirklich so wie in der Serie, nur, dass man quasi eine andere Person spielt, die das alles von der Seite beobachtet, Mann. Ohne Witz. Also zieht euch die Serie rein. Guck mal, Alter, wie korrekt ich bin eigentlich für die Serie, ne? Welcher Mensch macht heutzutage noch kostenlos Werbung, Alter? Und das fuck mich einfach ab, Alter. Weil keiner spricht mehr im Internet offen darüber, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, weil es auch gleichzeitig Werbung ist. Aber wenn mir etwas so gut gefällt wie Prison Break, dann mache ich da vom Herzen Werbung. Da scheiße ich auf das Geld, Mann. Ist einfach so. So, jetzt machen wir weiter, ja? Wir müssen jetzt auf jeden Fall alle in den Flügel. Und, ähm, habt ihr gerade gehört, was Paxton gesagt hat? Michael hat diesen Insulinblocker, dieses Pugnack, damit er auf die Krankenstation muss. Und, ja, wir schauen jetzt einfach mal, was hier abgehen wird. Manche Türschlösser können geknackt werden. So. Schofield, Krankenstation, sofort. Folge den Ärzten. Ja, wie soll ich das denn machen? Ah, ich glaube, wir müssen über die Seite. Guck mal, der macht Michael Jackson Moonwalk. Diritt, 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 diritt. Fokussieren. Ach, du Scheiße, Alter. Ich glaube, wir gehen den lieber nicht zu nah, sonst gibt es hier Ärger. Meint ihr, das ist der richtige Weg? Ich schaue einfach mal. Hey, Digga, klettern? Bist du dumm? Wie soll ich... Ah, da sind die Ärzte. Warte mal, wir müssen hier lang, glaube ich. Aber da dürfen wir doch gar nicht hin. Fokussieren und F. Ja, die Ärzte sind da, aber... Wir müssen hier bestimmt erst mal warten. Wir dürfen ja nicht einfach rüberklettern, ey. Ne, 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 ne. Der muss erst mal da weg, siehst du? Ich hab's gewusst, Alter. Wenn wir rübergeklettert wären, hätten wir uns direkt den Arsch versollt. Also ich finde schon, man hat so eine Atmosphäre, richtig im Knast, dieses Feeling. Okay, jetzt ganz leise, Digga. Ganz leise. Ganz leise. Ganz leise. Öffnen schnell. Na super, folge den Ärzten. Ich hab wieder eine Kamera, glaube ich, gerade gehört. Habt ihr das auch gehört? Oh, wow, 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 wow. Ja. Ey, ich werd so öfter wich, Leute. Ich bin noch richtig schlecht, Mann. Das muss man wirklich zugeben. Was das angeht hier. Also, ich wär jetzt nicht so gut wie Michael, Alter. Okay, der ist weg, der ist weg. Spring, Digga. Oh, Mann. Ich komm noch nicht so ganz gut klar auf PC, äh, auf Saturnmaus. Gebe ich ganz ehrlich zu. Haben wir da irgendwas? Oha. Da haben wir so einen Wacharbeiter. Weil die Frage ist, was machen wir, Alter? Stopp, oder sollen wir treten? Ausknocken können wir hier nicht. Aber der andere kommt jetzt, der andere Typ. Fuck. Der andere, das ist der Rille, Alter. Schnell reingehen, Bruder, geh rein, schnell. Klettere zur Krankenstation hinauf. Ach du Scheiße, ey. Der Typ macht kranke Sachen. Aber wenn ich wüsste, mein Leben endet sowieso. Spätestens in ein, zwei Wochen. Warum würde ich da nicht sowas riskieren, Alter? Um nochmal schön einen in meinen auszuwischen. Ganz ehrlich. Ja, super. Sag mal, wer jetzt klettern soll. Möchte ich jetzt hier wie Spider-Man mein Spinnennetz rausfahren, oder was? Ah, hier ist eine Leiter, Alter. Eine schöne gelbe Leiter, aber ich hab die nicht gesehen. Ey, das macht so einen Bock, das Spiel, Alter. Ohne Spaß. Ich find's richtig cool. Ich hab's nicht so gut erwartet. Ihr müsst überlegen, das ist von 2008, ne? Grafik ist natürlich jetzt nicht die beste, ne? Haben wir auch schon besprochen gehabt. Aber an sich ist es cool. Boah, was für ein Sprung da ist. Habt ihr das gesehen? Guck mal, das, ey. Habt ihr das gesehen, Leute? Der stand hier und ist einfach da hochgesprungen, ey. Junge, Junge, Junge. Richtiger Hulk Hogan hier, ey. Ja, ja. Jetzt können wir auf die Krankenstation klettern, Alter. Meint ihr, überprüfe die Krankenakten? Meint ihr, Sarah Tancredi ist auch hier? Ich glaub aber ja nicht, ey. Die haben nicht alle originalen Stimmen und Synchronsprecher und so alles hinkriegen können. Hat man ja bei dem Charles Westmoreland gesehen. Da hinten steht auf jeden Fall einer. Ich weiß nur nicht, ob der hier hinschaut. Ne. Kannst du mir mal sagen, wie ich jetzt hier weitermachen soll? Soll ich mich hinter dem Kaffeeautomaten verstecken? Alter Weg. Da liegt einer. Bringt das was hier reinzugehen. Wir könnten vielleicht über die Lüftungsschächte. Wenn er uns nicht sieht, müssen wir ganz ruhig bleiben. Alter, Digga. Chill, chill. Ah, der hat uns gehört. Ey, Mann. Ey. Ich find das teilweise schon echt richtig schwierig, ne? Wir könnten auch versuchen, hier reinzugehen. Oder an ihm vorbeizugehen. Aber das wird wenig Sinn machen. Das wird wenig Sinn machen, oder? Der sieht uns auf jeden Fall aus dem Augenwinkel. Kannst mir keiner was erzählen. Was geht mit dem? Oh. Da ist aber ein Arzt am Sitzen. Der ist, glaub ich, am Scheißen oder so. Ne. Der kann nicht am Kacken sein, aber trotzdem. Dann sag mir mal, wie wir jetzt uns hier vorbeischleichen sollen. Egal. Ich zieh jetzt einfach durch. Ich zieh durch. Jawohl, es hat geklappt. Guck mal mal nach. Ey, ich hab immer Angst. Ich schwör es dir. Wenn ich immer durch die Türe gucke, ich denke, das ist ein Horrorspiel, ne? Weil ohne Spaß, man. Diese Horrorspiele. Das ist wirklich teilweise manchmal genauso. Man guckt durch so einen Türschlitz. Und auf einmal kommt er. Oh, fuck. Boah, hab ich jetzt gerade erschrocken, ey. Stürzt das hier wieder ein. Springen. Okay, aber richtig hier oben in den Lüftschächten unterwegs. Betreten. Okay. So, wir sind jetzt schon mal ein Zimmer weiter. Und ich fick dir die Zellen, Genossen. Was geht ab? Digga, wenn er jetzt hier reinkommt. Avocado ist auf dem Flur. Boah. Er hat echt miese Laune. Ich werde was holen, um ihn zu beruhigen. Die kennen wir doch. Ich schwöre es dir. Die kennen wir auf jeden Fall. Die war auch bei der Serie dabei. Avocado ist im Flur. Kriegst Dreckhunger, Alter. Eie. Ibaş, Ibaş, Ibaş. Nein. Nein. Guck mal, der Striefling. Sagt er was? Nee. Der ist keine Pätze. Der ist korrekt. Sag mir, wie wir jetzt vorbeischleichen sollen hier, Alter. Machen wir Kuh hier. Da ist nichts drin. Geh mal rein. Jalla, jalla. Oh nein, Alter. Fokussieren, fokussieren. Michael Schofield, richtig? Ich möchte das nächste Mal einige Tests durchführen. Schließlich will ich niemandem Insulin verschreiben. Der es nicht wirklich braucht. Ja, sicher. Da ist Schofield, Alter. Da ist er nicht am Schreien. Hört ihr das? Avocado, lass den Scheiß. Avocado, lass den Scheiß. Es gibt ja Ärger, du Schwein. Wir müssen auf jeden Fall die Akten durchsuchen hier. Okay, die Ärztin ist weg. Wir können schnell rein, schnell, 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 bevor die reinkommen. Jalla, jalla. Avocado dreht wieder durch. Schofield ist Diabetiker. Er holt sich jeden Tag seine Insulinspritze ab. Was ist dann mit dem Puken? Er täuscht es vor. Die Krankenstation gehört irgendwie zu seinem Plan. Das muss sich Mannix berichten. Sieh der Kompetenz in Apartment 82. Sieh, ich kann schau. Wer redet da? Irgendjemand war da wieder am Reden. Habt ihr es gehört? Hey, wir kommen ja nicht mehr raus. Die Tür ist zu. Ei, ei, ei. Alter Avocado ist am durchdrehen. Der liegt da einfach auf dem Boden. Komplett drin. Okay, ich glaube, wir müssen durch die andere Tür. Warte mal. So, ich glaube, hier müssen wir durch. Ja, 100% durch diese Tür. Ja, da können wir auch durch. Optimal. Ich höre wieder irgendwelche Kameras, ne? Boah, ich wurde fast gesehen. Habt ihr das gesehen gerade, ey? Jung, jung. Wir müssen aber auch... Verlasse die Krankenstation. Oh, oh, oh. Oh, ne, nicht mehr diese Kameras, Alter. Ey, das ist richtig schwierig teilweise, ne? Ohne Spaß. Damals. Junge, junge, Alter. Als Kind hätte man das niemals spielen können. Ich hau die Kamera weg. Ja. Boah, Digga, Alter. Was wir gerade hier durchmachen, ne? Oh, nein. Kuckuckuck. Schnell weg, 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 weg. Hey. Ich gucke die ganze Zeit auf Maus und Tastatur. Nein, nein, nein. Das lädt sich auf. Boah. Wie knapp, ne? Nein. Ey, wie kann der mich sehen? Digga, hat der Adler Augen, oder was? Ey, alles von neu. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt einfach durchziehen, einfach durchziehen. Yalla, yalla, yalla. Bevor der reingeht, siehst du? Ganz locker, easy. Oh, nein. Fertig auf der Krankenstation. Zurück in den Hof. Boah. Haben wir ein Glück gehabt, Alter. Ich hab gedacht, jetzt kriegst du Schläge, ey. Aber eigentlich sollten wir ja gar nicht hier sein, ne? Ich hoffe, die merken das nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ich für den Manic sein soll, oder für Schofield, ey. Ja, wir müssen jetzt diesen Typen wieder anrufen. Bewegen uns mal direkt da hin, ey. Junge, Junge. Das macht... Guck mal, die Taube, Alter. Flieg davon. Mal gucken, ob die wirklich verschwindet. Guck mal. Achtet mal nur auf die Taube. Seht ihr die da oben? Die ist am Fliegen, die ist am Fliegen. Und auf einmal war sie weg. Da ist erziehen und am Telefonieren, ey. Die sehen irgendwie alle gleich aus von hinten teilweise, ne? Das muss man schon sagen, ey. Schofield nimmt Medikamente, um jeden Tag auf die Krankenstation zu kommen. Doch noch weiß ich nicht, wieso. Verdammt, finde mehr heraus. Halte Schofield unbedingt auf. Aber lass Burroughs in Ruhe. Er muss wie geplant auf den Stuhl. Ansonsten stecken alle ihre Nasen in Dinge, wo wir keine Schnüffelige brauchen können. Okay. Wer kommt denn da jetzt? Ist das C-Note? Hey, Kumpel. Was? Krieg bricht aus und du scheinst die falsche Hautfarbe zu tragen. Niemand könnte einen Fehler machen und dir deinen Arsch aufreißen. Habe ich recht, Brüder? Genau. Wir könnten dabei zusehen oder wir könnten es verhindern. Ich soll etwas für dich tun, ja? Na also, schon sind wir auf gleicher Wellenlänge. Ich brauche einen schönen Batzen eines Medikaments namens Pugnack. Sie bunkern es in der Klapse. Jetzt sollen wir das holen, oder was? Wenn ich's hole, hältst du mir den Rücken frei? Als wärst du mein Bruder. Abgemacht. Bist du sicher, dass es ein Irrenhaus ist? Ja, in einem Stahlschrank. Du brauchst einen Dietrich. Und pass auf die J-Cats auf. Diese Typen sind verrückt. Na super, Alter. Jetzt kann ich in die Irren anstehen. Wenn jemand weiß, wo man einen Dietrich herkriegt, dann Abruzzi. Sprich mit Abruzzi. Ai, 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 ai. Wer ruft jetzt an? Abruzzi? Der ist komplett dumm. Der ruft einfach mit dem Telefon an, obwohl da niemand ist. Wo ist denn Abruzzi, frage ich mich. Da hinten ist er doch. Breiter als der Türsteher. John Abruzzi. Hallo, geht um... Ah, ich drück die ganze Zeit den falschen Knopf. Guck mal, das meine ich. Ich bin manchmal echt dumm. Mir sagt er auch noch, wenn der... Wenn der ein Cine und mit Abruzzi reden sieht, ist das auch dumm. Hi, John. Wie geht's, Tietz? Redet immer noch nicht. Ich brauche einen Dietrich. Sehe ich vielleicht aus wie eine Eisenwarenhandlung? Nein, du siehst aus wie ein Typ, der hier das Sagen hat. Ganz richtig. Ich sag dir was. Fiorello hat sein Messer verloren. Er braucht aber eins, wenn das Fass voll Kacke überläuft. Besorg mir ein ordentliches Küchenmesser und ich besorg dir den Dietrich. Geht klar. Vor der Küche streichen ein paar Leute die Wände. Bring es mir dorthin. Junge, Junge, betritt die Küche. Ey, das ist so krass. Immer einer tut dem eingefallen, der andere tut dem eingefallen und dann kommt man somit darauf hinaus. Ey, das ist schon krass, ey. Was guckst du da so? Ähm, was ich noch sagen wollte. Diejenigen, die bei mir Until Dawn geschaut haben, das Spiel. Ihr kennt ja John Abruzzi, also den hier. Das ist der Schauspieler von dem einen Typen da, der bei dem wir in dieser Psychiatrie da waren oder was das war. Das ist auf jeden Fall richtig cool, ey. Das muss man in die Küche rein. Ei, 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 ei. Also dieses Schleichten finde ich eigentlich ganz cool, Alter. Das macht schon ziemlich Spaß, ey. Man ist da voll in diesem Feeling, dass man wirklich nicht entdeckt werden will. Das finde ich schon geil, Mann. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen. Betritt die Küche. Ja, super. Werde ich da fast direkt gesehen. Oh, shit, Alter. Nei, ei, ei. Spring. Spring. Jawohl. Drehen. Optimal. Ja, langsam läuft es doch, ne? Aufbrechen. Schlösser knacken. Du brauchst ein Werkzeug, um diese Tür zu öffnen. Okay, dann können wir da nicht rein. Also müssen wir hier rein, Leute. Erstmal schön nachsehen, Alter. Ich glaube, da war nichts. Ich hoffe, da war nichts. So, können wir da oben hoch? Digga, wieso springt der nicht? Fokussieren. Ah, da, okay. Müssen wir jetzt hier hochspringen. Junge, 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 Alter. Ey, da sieht mich irgendwas. Wer sieht mich? Stiehlein Messer. So. Oh, ja, super. Jetzt dürfen mich die Köche ja nicht sehen. Guck mal, das Essen, wie lustig das aussieht, ne? Boah, das eine da rechts sieht aus wie lecker Sucuk. Er kriegt nicht Bock auf Sucuk, Alter. Guck euch das an, noch ein dicker Apfel, Alter. Sucuk mit Milch. Boah. Können wir. Oh. Wer hat der uns denn direkt gesehen, ne? Ja, klar, alles von neu. Da muss man so viel von neu machen, Leute. Okay, Leute, wir sind wieder da. Die darf man uns nur nicht hier sehen. Diese Küchenleute, die haben, glaube ich, richtig krasse Augen, Alter. Ey, jetzt habe ich wieder alles falsch gemacht, Digga. Digga, Digga. Renn, renn, renn. Alter, ich bin da so im Feeling gerade, ne? Ich hasse das, entdeckt zu werden, ey. Spring. Okay. Müssen wir schnell ein Messer. Da hinten sind die Messer. Seht ihr die? Hier. Nehmen. So. Ich stiege ein Messer für Abruzzi. Gib Abruzzi das Messer. Ja, die Frage ist... Die Kartoffeln brennen! Die Kartoffeln brennen! Dann sollen sie doch brennen, Alter. Oh nein, bitte nicht. Fuck. Der fickt mich jetzt, wenn er mich sieht. Wir müssen wieder da hinten zurück. Da, wo Exit steht, glaube ich. Weil hier bringt es nicht... Oh, oh, oh. Boah, das ist knapp. Ja, ganz langsam. Ganz langsam, mein Freund. Boah, Junge. Das macht richtig Bock, Mann, Alter. Okay, ruhig, ruhig, ruhig. So, jetzt springen wir wieder. Bam. Und da ist der Ausweg. Geh doch. Boah, teilweise die Steuerung, ne? Gib Abruzzi das Messer. Da kommt doch jemand, oder? Da kommt jemand. Irgendwann kommt da. Da kommt irgendjemand. Da kommt jemand. Oha. Ah, hier ist der. Hier sind doch... Ist das die PI? Wow, gut gemacht, Paisano. Das gleitet durch das schwarze Fleisch wie durch Butter. Schätze, ich werde die Typen zurückpfeifen, die dich kalt machen sollten. War bloß ein Spaß, Frischling. Sehr komisch. Hier, hängen viele Erinnerungen dran. Pass gut drauf auf. Okay. Ich hab den Dietrich. Jetzt kann ich Sino und das Pugnack besorgen. Nächster Halt, Irrenhausen. Nächster Halt, Irrenhausen, Leute. Und da werden wir beim nächsten Mal weitermachen, Alter. Bei Irrenhausen. Ich hoffe, das Netzplay ist jetzt nicht allzu kurz gewesen. Aber ich wollte die Folgen ja auch immer so 20, 25 Minuten halten. Und nicht irgendwie hier 30, 40 Minuten. Weil sonst geht das Spiel ein bisschen zu schnell vorbei. Und das wollen wir natürlich auch nicht machen, Leute. Die letzte Folge ging ja auch über eine halbe Stunde. Und ja, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben. Dann vielleicht packen wir wieder die 10.000 Likes. Das würde mich echt übertrieben freuen. Weil ihr schreibt doch in die Kommentare, dass ihr die Serie mega feiert. Und das Spiel mega feiert. Ich feiere es auch übertrieben. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ja, Leute. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.